So, das haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter. Wir waren mal im Wasser stehen geblieben. Wir gehen jetzt durch die Brücke. Jetzt können wir hier entscheiden, wo wir hingehen wollen. Wir können einmal hier oben hochgehen. Wieder so ein Dschungelweg, da kommen wir zur Hexe zurück. Steht ja auch hier. Ach du Schein, ist das nicht aufzunehmen. Hier, hier sind diese Stübchen 100 Meter. Oder wir gehen weiter in den Wald. Und das machen wir auch. Wir gehen immer weiter geradeaus, bis es nicht mehr geht. Hier ist noch eine Beschreibung. Ach guck mal hier, schön die Vögel sind weg. Schade. Egal. Ist egal. Ist egal. Weiter geht's. Wunderschön. Boah, wir haben das Schwitzen, ey. Wahnsinn. Und das bei Regen, ey. Da läuft der Schweiß richtig runter, ey. Richtig in der Arsch, ey. So, jetzt hier. Wieder Wasser. So. Sehr schön ist das nicht alles, muss ich sagen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, diesen Ort. Dass ich hier die weiße Pest wurde. Jetzt fängt es richtig an zu regnen. Jetzt geht es richtig ab, Leute. Jetzt sind wir richtig dran. Egal. Hört da wieder auf. Hört da wieder auf. So. Hier. Geht es jetzt lang. Aufpassen, jetzt sind die dicke Wurzel. Huh. So. Jetzt geht's. Ich würde sagen, die Hälfte haben wir schon geschafft. Vor dem Ganzen. Hier. Ein Zeichen nochmal. Schön. Mit Graffiti besprüht. Also wunderbar. Was man hier sieht, alles. Prima. So. Und jetzt gehen wir über die Brücke. Die Todesbrücke nenne ich die sozusagen. Weil. Hier kann man mal runter gucken. Aber das ist richtig. Oh. Ich hasse das Ding, ey. Ich habe Angst, dass das einstürzt. Weil ich zu fett bin. Das ist halt also. Gefährlich, ne. Gehen wir mal schneller rüber, ey. Boah. Hier ist die Brücke nochmal. Die Todesbrücke. Und jetzt gehen wir über die Brücke. Ja. Wunderbar. Ich könnte dann ja noch ein Foto machen. So. Schön. Hier eine Bank. Wo man sich hinsetzen kann. Ja. Aber wir wollen noch keine Pause machen. Hier ist etwas. Das ist das ganze Geheimnis. Gennendorfs. Gennendorfs Schloss ist das hier. Ein verbotener Eingang zu Gennendorfs Schloss. Nein. Das ist hier. Das ist ein alter Kerker oder sowas. Das ist also. Richtig. Richtig abenteuerlich. Da muss ich sagen. Hier kriegst du viel geboten. So. Hier. Ja. So. Die Volt. Die Volt. Hier. Gebirgs. 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 Ja. Gebirgs. Stellst du oder sowas. Ja. Ein Vogel oder so ist der glaube ich. Ich weiß ja nicht. Ist mir auch egal. Hier. Ja. Ein Vogel ist halt. Hier oben. Mit einem Bild davon. Schön, ne. Ja. So. Jetzt. Jetzt weiter. Ja. Hier. Morsche. Morsche Zeug. Richtig schön. Richtig schön abgeholzt. Und kaputt. So. Hier. Und nochmal. Kannst du das sehen. Schön. Abgeholt das Ganze. So. Ja. So. Bald haben wir es geschafft. Liebe Freunde. Jetzt gehen wir weiter. Lalalalalala. So. Jetzt noch das Wasser. Schön. So. Hier. Wunderbar. Alles. Prima. Guten Tag. Hier. Die Leute, muss ich sagen, sind sehr freundlich. In dem Ort. Ja. Also. Die Läden sind total super. Alles leer. Ja. Nicht wie in der Stadt. Egal. Wir haben jetzt hier ein schönes Waldvideo. Gucken wir mal hier, wie es weiter geht. Schön. Wunderschöne Aussicht. Aufs Ganze. Hier sind die Ferienhäuser. Wunderbar. Und wunderschön. Können wir mal ranzomen. Hier. Wunderbar. Sehen wir die Ferienhäuser. Und ich würde sagen, wir bleiben hier an der Städte erstmal stehen. Und machen wieder einen Cut.